Vielen Dank. Der ist mit 20 Grad. Der ist mit 42 Grad. Der ist mit 26 Grad. Ah ja, 26, genau. Der ist mit 48 Grad. Ist aber breitunterschiedlos 15 Euro. Und was ich bei meinem damals getriebe, da habe ich ja einen 50 Grad. Das ist ja der dicke. Der 50 Grad. Der ganz dicke. Aber wie gesagt, damals ist es heute auch erfordert, da habe ich vorhin schon gesagt, der hat so ein großes Geschwärter. Das ist ja auch ein Vorhangsfall. Zu der Zeit, wo das aktuell war, das ist ja schon ein bisschen mehr. Aber auch gut. Die liegen kaputt. Also kann man nicht sagen, dass das schlecht ist. Nicht schlecht. Aber ja, ja. Genau, diese scheiße Posse. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ja. Hat der Wasser ausgestellt eben? Ja. Hat der ausgemacht. Ist der aktuell? Nee. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020